Diese Abfuhr kommt einer spanischen Billigfluggesellschaft teuer zu stehen. Fueling wurde zu einer Strafe von 28.000 Euro verurteilt, weil einer Passagierin wegen eines angeblich zu tiefen Ausschnitts das Boarding verweigert wurde. Der Vorfall am Flughafen Mallorca, der sich bereits vor fünf Jahren zugetragen hat, wurde jetzt erst publik. Demnach soll eine Frau aufgrund ihres zu offenherzigen Ausschnitts der Zutritt zu einer Fueling-Maschine verwehrt worden sein. Ein Mitarbeiter empfand die Kleidung der Frau laut der Balearen-Zeitung Ultima Ora als zu aufreizend und ließ sie am Flughafen zurück. Ein spanischer Verbraucherschutzverband verklagte daraufhin die Airline, was zur Verhängung der Geldstrafe führte. Die Behörde argumentierte, dass die Passagierin durch die Abfuhr diskriminiert worden sei. Andere Passagiere hatten sich mit der Frau solidarisiert und von den Flugbegleitern gefordert, dass sie mitfliegen dürfe. Trotzdem wurde sie zurückgelassen. Die Verbraucherschützer betonten, dass die Frau gegen keine Gesetze verstoßen habe und ihre Kleidung nicht anstößig gewesen sei. Der Airline-Mitarbeiter habe einen sexistischen Unterton gezeigt.